Ja, schönen guten Abend, Herr de Maizière. Mein Name ist Patrick Schiffer. Ich bin der Vorsitzende von der Piratenpartei und wir würden Ihnen gerne Folgendes mitteilen. Folgende Äußerungen, Teile unserer Äußerungen könnten Sie eventuell verunsichern. Die Piratenpartei Deutschland verleiht Ihnen als ersten Preisträger den sogenannten Golden Shits Award, der Ihnen von unserer Spitzenkandidatin Anja Hirschel hiermit überreicht wird. Der Preis, eine goldene Skulptur. Das ist eine Frage. Die Frage ist, wenn wir nicht Burka sind, was sind wir dann? Weiße Socken? Vielleicht können wir den, ähm, für's, danach. Dankeschön. Die nächste Intervention. Ich darf da zwei Minuten noch antworten. Sie dürfen gerne. Ja, jetzt ist kein Termin. Kein Wunder, dass die Piraten so aus den Landtagen verschwinden. Applaus 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 Applaus